Wir werden sie jetzt innerhalb von fünf Tagen zweimal vor der Brust haben und uns ist ganz klar, dass wir da Top-Leistungen brauchen, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Und alleine die Tatsache, dass sie die wenigsten Gegentore kassiert haben, zeigt, wie stabil sie verteidigen können. Vielleicht haben jetzt die Ergebnisse nicht so gepasst in den letzten Spielen, aber sie sind trotzdem auf Platz zwei. Du sogar hast vorhin die Frage gestellt, ob sie jetzt die zweite Kraft im deutschen Fußball sind. Also wir werden Teufel tun, diesen Gegner zu unterschätzen und wir werden ihn nicht bewerten an den letzten fünf Spielen, sondern wir werden sie bewerten aufgrund ihres Talents, ihrer Leistung, ihrer Qualität. Und nochmals, die letzten Spiele gegen Leipzig waren immer auf sehr hohem Niveau. Es waren sehr gute Mannschaften auf dem Platz und da hat auch niemand interessiert, was fünf Spiele vorher war. Sondern es geht darum, dass wir auf dem Punkt um 15.30 Uhr am Samstag da sind und allen klar machen werden, dass wir diese drei Punkte brauchen. Wir haben noch zwei große Ziele, die wir erreichen möchten. Und das eine Ziel ist, dass wir uns für die Champions League qualifizieren und da brauchen wir die drei Punkte. Und dementsprechend werden wir am Samstag alles dafür tun, drei Punkte einzufahren. Und das ändert aber nichts daran, dass der Wunsch natürlich auch sehr groß ist, fünf Tage später einen Pokal zu erobern. Matteo, geht es den Umständen entsprechend gut? Wir hatten jetzt in den letzten Tagen häufiger Kontakt. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, er wurde gestern zum ersten Mal operiert. Am Außenband und am Kreuzband, also es ist eine Kreuzband- und Außenbandverletzung. Zur genauen Ausfallzeit können wir jetzt aktuell noch keine Angaben geben. Wir können nur sagen, dass der erste Eingriff gestern dann sehr gut verlaufen ist. Dass der Junge sehr positiv mit der Situation umgeht und zu allen versprochen hat, dass er stärker zurückkommt, als er gegangen ist. Ja, bei Erling ist es so, dass er jetzt die letzten Tage mit uns nicht auf dem Trainingsplatz stand. Und wir aber davon ausgehen, dass er gleich zum ersten Mal da mit uns mithinieren kann. Und wir hoffen dann, dass alles soweit gut ist, dass er schmerzfrei ist und dann eine Option ist für Samstag.